Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11449 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe mir Geld von meiner Mutter geliehen, um meine Schulden bei dir zu begleichen. Ich habe mir Geld von meiner Mutter geliehen, um meine Schulden bei dir zu begleichen. Die Operation war ein Erfolg. Mein Team hat gute Arbeit geleistet. Die Operation war ein Erfolg. Mein Team hat gute Arbeit geleistet. Die Operation war ein Erfolg. Mein Team hat gute Arbeit geleistet. Ein Abenteuer kann bedeuten, einen Wald zu erkunden und Tiere zu entdecken. Ein Abenteuer kann bedeuten, einen Wald zu erkunden und Tiere zu entdecken. Freizeit ist die Zeit, in der wir tun können, was wir wollen. Sollen wir unsere Freizeit sinnvoller nutzen? Freizeit ist die Zeit, in der wir tun können, was wir wollen. Freiheit ist kein Privileg, sondern ein Grundrecht, das jedem Menschen unabhängig von seiner Herkunft und seinem Status zusteht. Freiheit ist kein Privileg, sondern ein Grundrecht, das jedem Menschen unabhängig von seiner Herkunft und seinem Status zusteht. Wir fahren mit dem Auto. Die Außentemperatur beträgt 14 Grad Celsius. Wir fahren mit dem Auto. Die Außentemperatur beträgt 14 Grad Celsius. Wir fahren mit dem Auto. Die Außentemperatur beträgt 14 Grad Celsius. Das Training hat nicht geholfen. Das Training hat nicht geholfen. Jetzt habe ich auch noch Schmerzen in der Schulter. Das Training hat nicht geholfen. Jetzt habe ich auch noch Schmerzen in der Schulter. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal.